Liebe Freunde, es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass bald im Schloss Buchenau, und zwar bei Fulda, eine Ausbildung von mir stattfindet, und zwar zum Thema Heilung durch Bewusstseinserweiterung. Es gibt sehr, sehr viele Themen, also das ist das Skript jetzt dazu, mit über 200 Seiten, und zwar, da geht es um Ihre persönliche Entwicklung, um Ihre Seele. Und wenn Sie dabei sein möchten, bin ich ganz froh, Sie auch herzlich einzuladen. Der Weg zwischen Karma und Spiritualität und unseren Realitäten, wie gestalten Sie sich? Jeder hat seine eigene Realität und man kann damit sehr gut arbeiten. Selbsterkennung, Chakren, Aura, Geistarbeit, auch diese Themen sind im Seminar inklusive. Sie erfahren auch über verschiedene Techniken der Geistheilung, aber unter anderem auch über die Rhythmuslehre. Was kann man mit Rhythmen überhaupt machen? Was kann ich mit Impulsen anfangen? Wie kann ich mein Leben zum Besten nennen? Auch Techniken der Fernheilung, Matrix-Mandalas und alles, was man mit Farben oder auch kosmische Geometrie machen kann. Auch das ist das Thema in dieser Ausbildung, die fünf Tage stattfindet. In fünf Tagen lernen Sie, Ihre karmischen Lasten loszuwerden oder auch natürlich Amuletterstellung, sowie auch viele schamanische Vorgänge. Ich gebe Ihnen auch sehr viele Rezepte aus Barbeheilung von meiner Familie auf die Hand, hier in verschiedenen Leiden, und zwar diese können Sie sofort umsetzen. Bei dieser Ausbildung bekommen Sie natürlich auch ein Diplom der Wadim-Chancer-Akademie. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dabei sind bei dieser Ausbildung in Buchenau, in einem Schloss, in schönem Ambiente, und wir sehen uns vielleicht bald. Ihr Wadim-Chancer-Akademie. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020